Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur zehnten Aufnahme von Donkey Kong Country 2. Wir sind letztens Jin geblieben. Wir haben letztens abgeschlossen und zwar tiefes Krimland und jetzt machen wir die Düsterschlucht. Mal gucken, was uns da so erwartet. Und ihr seht schon, wie es aussieht. Es sieht sehr geil aus. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Erstmal die Musik, die erstmal mega geil scheint. Ja, dann wirft er uns hier sowas entgegen. Oh, ich hör's schon. Daran kann ich mich noch daran erinnern. Diese Geister, die eine Liane bilden, wo man hochklettern kann und dann noch wieder verschwinden. Sehr geil ausgedacht. Das muss man mal sagen. Oh, da kommst du her. Oh, dann nö, nochmal Kram mit. Kann ja nicht schaden. Oh, da war knapp. Boah, spring ab, Alter. Warte mal. Ich hab Donkey Kong Country 1 gezockt, deswegen... Ich bin ein bisschen verwirrt mit der Steuerung. Was? Okay, der ist weg. Okay, was erwartet uns hier? Hier erwartet uns das... Oh. Gut zu wissen... Boah. Du bist da mittlerweile keine Überraschung mehr, ey. War sogar gereicht. Ah, ich wusste, dass da ein Bonus ist, ey. Das konnte man sich so denken, wenn da schon zwei Fässer stehen. Dann heißt das was. So, äh... Ja, finde die Münze. Mit mal wieder einem Fass, was wir einfach unendlich lange zerstören müssen. Ups. Und da ist er auch schon. Die 21. Rambi-Münze, sag ich jetzt mal. Und wir sind schon beim Safe. Du hältst die Phrase. Und du machst einen Abgang. Hier ist ein fast TNT. Oh. Oh, ein TNT-Monster. Hab ich auch noch nie gesehen. Toll, jetzt ist es weg. Egal. Malte. Okay, noch ein TNT-Monster. Okay, ich schulde halt mal weg. Weil ich wissen, wie weit hier drin ist. Jetzt sage ich, hier gibt es kein Monster mehr, weil man dort öffnen kann. Ah, doch. Hier ist das N enthalten. N-thal-ten. Oh. Ah, die kommen auch sehr schnell. Ach, da ist ein Bonus. Deswegen. Warte, an den komme ich dran. Schade. Hä, wie soll das möglich sein? Warte. Ha. Easy. Finde die Münze. Nochmal. Diesmal mit... rüberspringende... Geisterlinien. Schau trinken. So, mal wieder genau getimt, dass man, wenn man rauskommt, auf diese zwei Club-Trups fällt. Und heppa. Und hopp. Und hopp. Oh, zweimal TNT. Und nochmal TNT. Wofür auch immer. Oh, jetzt wird es eng. Aber, easy. Mein Gott, wie lange sind diese Level denn jetzt hier? Die werden ja immer länger. Und da war wieder so ein Geist. Ah, nee, lieber jetzt noch nicht. Warum ist denn da so ein Bananenkreis? Ach, da ist das Gehversteckt. Sieh eine Ahnung. Ja. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu spät. Okay, scheiß auf die Biene. Die ist uns egal. Oh Gott. Und hier ist das Ziel. Und eine Bananenstaude. Wie immer. Wir kriegen nämlich immer Bananenstauben. Super Sache. Und... Wir sind beim nächsten... Level. Und zwar... Spukhalle. Oh, was wird uns hier bloß erwarten? Ist es das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Wo uns der Geist verfolgt? Das Level, was ich euch vor ein paar Folgen gesagt habe? Und es ist es. Das Level, wo uns der Skelett... Der Tote verfolgt. Und... Das war ein bisschen Kacke. Ja, okay. Was hier so der Sinn ist, kann man eigentlich sich denken, man muss einfach nur... Oh, ich bin in den Bonus gelangt. Coole Sache. Sammle die Sterne. Bestimmt nicht mit einem Fahrzeug. Wie kann man sich das nur denken. So, dann sammle ich mal die Sterne. Gucken wir mal, wie viele wir alle kriegen. Sie soll genug kriegen. Ah. Ein paar noch. Ein paar noch. Ja, hat gereicht. Super. Er ist da, wo ich stehen geblieben. Äh. Ja, und er verfolgt uns. Ich weiß nicht, wie viele Fässer man riskieren darf. Auf jeden Fall muss man genau aufpassen, dass man kein rotes erwischt. Sondern nur die Plus-Dinger. Das war auch wieder ein Plus. Das ist auch ein Plus. Das ist auch ein Plus. Alles klar. Perfekt gemeistert. Bonus. Äh, Bonus sag ich schon. Safe was. Oh, das war ein Minus. Oh, das war noch ein Minus. Noch eins dürfen wir uns nicht erlauben. Ben. Okay, muss er ausweichen. Anscheinend. Mist, das habe ich auch noch erwischt. Was? Okay, der hat uns getroffen. Ich hoffe, wir kriegen einen Kong. Da habe ich von oben lang gefahren. Mist, da hat uns die Biene erwischt. Ah, ich weiß gar nicht, warum der Geist uns gerade getetet hat. Anscheinend haben wir viel zu viele rote Fässer eingesammelt. Aber zum Glück kriegen wir hier wieder einen Kong. Ich kann es nicht auffassen. Keine roten Fässer. Okay, bis jetzt nicht eins. Super. 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 Perfekt. Jetzt dürfen wir uns auch den Zinger erlauben. Falls wir scheitern würden. Ja, sogar scheitern wir. Mist. Das kann nicht. Wie spät muss man denn da abspringen? Ich muss gleich mal versuchen, unten langzufahren. Ich glaube, wir versuchen mal unten langzufahren. Vielleicht klappt es ja besser. Okay, boah, da wäre ich fast schon nicht gesprungen. Erst das kommt erstmal der Detail mit denen. Man darf keine roten berühren. Vielleicht darf ich heute ja diesmal nochmal ohne einen einzigen zu kriegen. Oder auch nicht. Oder auch überhaupt nicht. Vier, drei... Ach, die Zeit wird einfach nur verkürzt. Ach, ist mir jetzt erst aufgefallen? Oh, und wir haben diesmal... Mein Gott, da zu spät, da zu früh. Später! Okay, jetzt haben wir wieder eine Challenge. Mit grünen oder mit roten? Super Sache. Komm, wir brauchen Plus. Plus, nicht Minus. Wasser! Scheiße, wir haben zu viele Minus-Dinger erreicht. Ah, das Level ist schon wieder schwierig. Versuch's noch zweimal. Und dann... ...probe ich das Level erst in der nächsten Folge weiter. Dürfen hier keinen Kong verlieren. Wir müssen aufpassen. Immer genau Timing. Ach, da konnte ich nicht springen. Ich wollte eigentlich unten rein. Mist. Das ist ganz schön schwierig, da die untere Schiene zu kriegen. Mist. Egal, weiterhin nicht schlimm. Hätten noch vier Sekunden gehabt. Zinger! Und Zinger! Jawoll! Und Zinger! Perfekt. Okay, jetzt haben wir einen Kong frei. Falls wir die Zeit nicht treffen. Was wir aber gerade sehr gut hinkriegen. Ah, da drüber springen wir mal. Da springen wir auch drüber. Oh, wir haben das K. Ja, das haben wir geschafft. Das ist so gut wie nicht mehr zu verlieren. Oh doch, doch. Oh Gott, nicht mehr. Jawoll. Ziel! Oh, bitte. Danke. Oh, hier kommt sogar noch was. Was ein Move, ey. Da, 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 da. Da, 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 da. So, Leute. Nächstes ist der Sturmwald. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, glück sie. etter blind 오�LAUędä... Na 53midi. Ansgar s 있�AP. 2, das... Hills MassARRY. 度 ygra Vamos. Bad 4h, da, 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 da. 不過 an JB, da. Vielen Dank.